Ein warmes Hallo euch allen an diesem schönen Morgen, besonders an euch draußen in Fluttering, wo die Renovierung der Brücke zum alten Schloss abgeschlossen ist. Die Behörden haben mitgeteilt, dass man zum Überqueren der Brücke nun keine Fallschirme und Schwimmwesten mehr mit sich führen muss. Ach, es wird einfach nicht mehr dasselbe sein wie früher. Nein, das stimmt. Es wird wahrscheinlich gar nicht mehr dasselbe sein. Warte mal, muss ich mal ganz kurz schauen, was geht hier eigentlich in Fluttering? Fluttering. Hier findest du Informationen über Personalentwickler und Weiterbildungen. Ich frag mich halt und wenn wir die Sachen freischalten, wir die in anderen Krankenhäusern dann auch benutzen können. Das ist ja nicht hier Karriere. Einsammeln. Da kriegen wir K. Da kriegen wir Kudosch. Geil. Ja, ich sammle mal kurz mal hier alles ein. Dann können wir das nicht alles ausgeben. Ich werde weitermachen. Hier im Neuen. Ich weiß, ich sollte vielleicht einfach mal eins auf Level 3 kriegen. Allerdings. Hier steht schon was Neues. Habe ich das Gefühl, dass wir so schneller alles freischalten können. Naja. Personalentwicklung. Um das meiste unserer Mitarbeiter herauszuholen, müssen wir sie weiterbilden und befördern. So wie es sich gehört. Wenn jemand im Beruf genug Erfahrung gesammelt und eine Weiterbildung abgeschlossen hat, ist die Person bereit für eine Beförderung. Die Beförderung erhöht die Kompetenz dieser Person, dem möglich ist, ihr eine neue Qualifikation zu erlernen. Vermutlich steht dann auch eine Gehaltserhöhung an. So, halt erst brauchen wir ein paar Weiterbildungslizenz. Eine Weiterbildungslizenz. Das Gesundheitsministerium von Tupat hat uns eine Lizenz versprochen, wenn wir nachweisen können, dass wir uns hier in Fluttering um das Wohl unserer Mitarbeiter kümmern. So, mach mal. Mach mal. Vielleicht erst mal hier umschauen. So, das ist also das schöne Fluttering. Hier ist die, äh, der, der, der Turm, der Glockenturm, den wir gesehen haben. Und hier ist die Brücke, die... Wollen wir leider nicht mehr mit Fallschirmen und Rettungsweste erlangen muss. So, wir fangen mal ganz normal an mit einer Aufnahmestation. Ich bin jetzt gerade noch im Pausenmodus. So, hier kommt dann die Station hin. Assistenz wird benötigt. Ich hab... Habe ich noch auf... Stoppt noch alles? Nein, stoppt nicht. Jetzt stoppt alles. Okay. Äh, Kranghausstufe 4. Personalaistimmung von 55. Kriegen wir alles hin. So. Alter, wir fehlen. Wir fangen erstmal an mit... ganz normal Arztpraxen. Ich mach davon mal zwei Stück. Hier hin. Aktenschrank kommt da noch hin. Ich werde dann alles zu einem späteren Zeitpunkt... Ich muss immer zwischendurch mal schauen, ob das jetzt noch weitergeht oder nicht. Ich werde zum späteren Zeitpunkt das dann noch ein bisschen mehr einrichten. So, machen wir zwei von denen. Hier auch wieder in die Mitte. Dann hier an die Ecke. Und einmal drehen. Hier. Das ist falsch rum. Haben wir da schon mal die Arztpraxen zwei Stück. Brauchen wir, weil da beginnt ja immer alles. Können wir da schon mal gleich eine Toilette hinbauen? Ne, warte mal. Stopp, stopp. Ich will die Tür auch anders hinmachen. Hm, hier hin. Wir machen mal Toilettenkabinen. Zwei Stück. Brauchen nicht unbedingt mehr. Waschbecken können wir noch hinmachen. Und Handtrockner brauchen wir noch. Also, brauchen wir nicht nicht. Ich mach's nur gern hin. So, einen Feuerlöscher könnten wir außen irgendwo noch hinbauen. Ne, den tun wir so hin. So, dann haben wir schon mal eine Toilette. Alles Stück für Stück machen. So. Allgemeine Diagnose. Können wir da nicht hinmachen. Aber können wir, vielleicht können wir noch irgendwas Kleines hinmachen. Ich weiß noch nicht genau, wo es da reinpassen könnte. Mach mal eine Tür hin. Ach, das ist der Raum. Ich vergesse mal, was die allgemeine Diagnose ist. Hier, kann schön am Fenster Platz nehmen. So. Weitere Zimmer. Pausenzimmer brauchen wir selbstverständlich auch. Mach da mal so ein kleineres hier mal hin. Können ja noch ein größeres dann noch bauen. Allerdings zum anderen Zeitpunkt. Oh, Snackautomat. Zack. Falleimer kommt selbstverständlich auch mit rein. Äh, das machen wir noch hin. Pflanze. Hier in die Ecke. Da kommt noch eine Pflanze hin. Pflanzen sind immer gut. Und Desinfektionsmittel können wir hier nicht hinmachen. Ist zu voll. Ist zu voll. Aber ein Sehtest. Oh, Stupe 2. Reicht fürs Erste. Weitere Zimmer. Allgemeine Diagnose haben hier Apotheke fehlt uns noch. Wie möchte ich denn das jetzt hier aufteilen, ist die Frage. Hier ist ein Eingang, da ist ein Eingang. Das Ganze, hoppala. Machen wir das einfach so. Dann kommt hier noch was rein. So, hier. Und dann Fett in die Mitte. Machen wir einfach das rein. Apotheke haben wir dann damit. Ich weiß ja nicht mal, ob wir überhaupt alle Krankheiten hier schon haben. So, ein Dreierzimmer. Dann ist da so ein kleiner Durchgang. Das ist hier die Psychiatrie noch. Und da kann ich dann das Arzt treffen mit unserem Patienten. Eine Station brauchen wir. Ich mach da mal so eine größere Station einfach hin. So. Immer mach ich hier in die Ecke das hin. Dann können wir hier noch noch ein bisschen. Zwei Umkleide. Zwei Umkleide hinmachen. Und noch retten. Einmal. Zwei Mal. Dreimal. Da kann noch eins hin. Und da passt eins mehr hin. Gut. So. Dann ist das auch fertig. Wie viel Geld haben wir noch? Und noch ein bisschen. Ich stelle schon mal Leute ein. Assistenz. Isla Quell. Was bist du denn? Streitet gern. Streitet mit anderen streitsüchtigen Zeitgenossen. Aha. Sehnt sich nach Ruhe und Zufriedenheit. Das tut sich schon ein bisschen... Und ganz kann das ja nicht stimmen hier. So. Ärzte. Ich tu mal... Ah. Wir haben leider keinen, der den sichert. Inspiriert einen noch Menschen. Perfekt. Stell mal ein. Krankenpfleger. Verbessert Apothekenkompetenz. Passt. Energiegeladen hat nur positive Sachen. Perfekt. Sieben Meter weiter sollen wir einstellen. Hausmeister brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber wir haben keinen, der Geister jagen kann. Mädchen von nebenan. Thomasina Bobbing. Spielt gerne Probleme herunter. So. Warte mal. Go hier. Da könnte ich sich schon mal an ihren Platz begeben. Brauchen aber definitiv noch mehr. Krankenpfleger. Was kann der hier? Handlungskompetenz. Hat Potenzial. Schmutzfink. Lässt über einem Krankenhausabfall liegen. Das wollen wir nicht haben. Verbessert allgemein. Reizbar. Wird unleidlich, wenn er unzufrieden ist. Gießt gerne Pflanzen. Wenn ihr langweilig ist, verärgert andere Leute. Oh geil. Gießt gerne Pflanzen. Was kannst du dann? Wirst du schon weniger müde. Okay, die Wurst kann so wenig. Neue Bewerbung in 10 Tagen. Komm. Warte mal. So, noch keiner da. Währenddessen können wir mal hier so ein bisschen einriffen. Wir bitten Sie bei verdächtigen Gerüchen. Das Formular 3-7-B auszufüllen. Ist das eine Anspielung auf Asterix und Obelix? Klingt ein bisschen so, ne? Was für ein genialer Tag für ein wenig gute alte Gartenarbeit. Ich meine, wer mag das nicht? Mit dem Spaten die Erde umgraben, bis zu den Ellenbogen im Dünger stecken. Ich kann es beinahe riechen. Nein, falsch gesagt. Das war wohl ein Abwasserrohrbruch. Mein Fehler. Wie auch immer. Haltet eure Daumen schön grün. Was für ein geiles Tasteln. Der hoher Bruch, real geil. Lecker. Möchte jeder haben. Oh Gott. So. Der Herr, äh, du kommst mal. Die U stecke ich nicht jetzt mal kurz rein. Ich glaube, die stecke ich mal hier rein. Neue Krankheit. Bettengesicht. Das ist das mit der Station. Genau. Mit den komischen Schlafpositionen. Ja, mein Bruder, du kommst dann hier rein. Pass da mal auf. Ungültiges Verschieben. Was? Doch, passt doch. Machen halt noch keine Einnahmen, ne? Niemand Neues. Ach, man kann auch sagen, dass ich nicht... Okay, äh, weg. Weg. 20 plus 20. Ist halt Klufter Station. Und ist auch relativ billig. Hausmeister. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Oh, wir haben noch nicht genug Krankenpfleger hier. Ja, komm. Streit mit Streit sich die... Ah, ist wieder das Gleiche. Oh, das ist nervig. Ich habe Potenzial. Schmutzding vertraut der Post. Vertraut der Post. Ne, was machst du hier? Hat nur Stromkopf. Werfschwerfengriff ist okay. Da kann ich so gut lernen. Ne. Ne. Mandy Strong kann gar nichts. Der kann dann auch keine Geisterjagd. Ich möchte Geisterjäger haben. Ihr, dich möchte ich haben. Haben wir noch an einer Psychiatrie arbeiten kann. Welche ist es immer schlau, noch einen zweiten Assistent zu haben? Äh, Pandora. Pandoria. Ja. Den noch einstellen. Best noch einen Krankenpfleger, ne? Ja. Ihr. Vergessen Diagnosekompetenz. Reizbar. Jegliche in Abfallbehälter platzierte Gegenstände sind Krankenauseigentum. Finger weg. Okay. Äh, Weiterbildungslizenz. Tolle Neuigkeit. Das Gesundheitsministerium von TwoPoint hat uns gerade eine Weiterbildungslizenz erzahlt. Dadurch können wir unsere Personal in jedem unserer Krankenhäuser weiterbilden. Der Bau einer Weiterbildungszimmers ermöglicht es dir, dein Personal zu schulen. Mitarbeiter mit einem freien Weiterbildungsplatz können einen Kurs belegen, um eine neue Qualifikation zu erlernen. Äh, perfekt. Da fällt gleich mal ein Stiftung. Verbaler Durchfall hatten wir ja auch schon. Vorsicht, Clowns. Was? Was ist denn jetzt los? Fluttering hat in der letzten Zeit ein gewisses Problem mit Clowns. Sie sind überall. Anscheinend fliehen sie immer wieder aus dem Wanderzirkus. Ihre Kapriolen können wirklich sehr lästig werden. Wir werden eine neue Ausrüstung brauchen, um mit ihnen fertig zu werden. Die Orbi-Stiftung hat eine neue, patentierte Methode zur geistigen Kalibrierung von Clowns entwickelt, die ihnen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft hilft. Den, den ihren, der, der, den, den ihnen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft hilft, hat er uns angeboten, die notwendige Ausrüstung herbeizustellen. Sofern wir unsere Fähigkeiten bei Formen unseres eigenen Personals nachweisen können. Das klingt für meine Ohren zu etwas zielichtig, aber ich bin mir da kein Urteil an Marcel. Okay, gut, dann schauen wir mal. Haben wir hier ein neues. Weiterbildung haben wir. Wie groß muss denn das sein? Okay, machen wir es halt zu groß. Okay, hier, Klassenzimmer. Ach, und dann kann man hier Stühle hinbauen. Ich mach mal ein paar dahin, weil ich nicht weiß, wie viele man da reinstecken kann. Rednerpult. Pflanze könnte noch in die Ecke. Stich Level 3, da sind die Leute doch gern. Weiterbildung. Um eine Weiterbildung zu starten, klick auf das Rednerpult und setze ein geeignetes Mitarbeiter ins Zimmer ab. Mitarbeiter werden um Weiterbildung bitten, wenn sie bereit sind. Wähle auf dem Weiterbildungsbildschirm die Qualifikation aus, die Mitarbeiter lernen sollen, weise einen Auszubilder zu und wähle schließlich aus, wer die Weiterbildung besuchen soll. Klicke auf den Start-Fall, wenn du bereit bist. Du kannst entweder einen eigenen Mitarbeiter mit einer Qualifikation als Ausbilder auswählen oder gegen diese Gebühr ein Gastausbilder einleihen. Ach, du Heilige. Das ist eine Menge. Teilnehmer 4. Motivation. Behandlung. Geisterjägerei. Oh, das ist viel. Aber wir brauchen einen. Kurs starten. Wir brauchen einen Geisterjäger mit uns zugutekommen. Bilde einen Mitarbeiter weiter. Das werden wir machen. Da haupt sich unsere gute Frau gleich schon rein. Wo ist der neue Typ? Oh Gott, da ist ein Clown. Das ist ein Clowns-Schuhen. Jasmin Wurst wird sich um dich kümmern. Oh, ich habe immer ein Problem. Ich bringe immer Leute zu lachen. Aber einfach eine riesige Nase. Bitte seien Sie ab, da ist ein Clowns-Schuhen. Mangelnde Achtsamkeit kann tödlich helfen. Wo muss er jetzt hin? Die Behandlung schicken. Nach Hause schicken. In der Arztpraxis muss er jetzt. Oh, ich stelle sich erstmal hier ein paar Lachmagazine an. So wie die Mickey Mouse. Schlechtes Bauchgefühl. Chronische Miesepitrigkeit. Okay, hatten wir auch schon. Nihilistischer. Dar. Das kann man aus Arbeit nicht kosten decken. Wir sollten entweder unsere Ausgaben singen oder mehr Geld reinholen. Oh oh. Brauchen wir Leute. Dringendst. Sein oder nicht sein. Hier geht's ab. Das ist hier die Frage. Ich hoffe einfach, dass Leute kommen. Brauchen die hier überhaupt einen Psycho-Doc? Hier fehlt halt auch einer. Ach, hier muss einer rein. Was hast du denn? Ich wüsste, was er hat. Stimmung. Ich wüsste, was du hast. Ich will wissen, was du hast. Ach so, Diagnose benötigt. Okay, also er redet jetzt mit unserem Professor hier. Mit unserem Doktor. Herr Doktor von Asquisholz. Zirkus-Therapie. Was? Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit. Narzissmus. Eine Krankheit, die wahnwitzige Aktion. Allgemeine Herumeilung hervorruft. Entlaufende Clowns müssen der Humor restlos ausgetrieben werden, um Rückfälle zu vermeiden. Mea culpa, mea maxima culpa. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird der folgende Zimmer benötigt. Zirkus-Therapie. Warten bitte. Enten-Schnutel hatten wir auch schon. Ach, der hat die Enten-Schnutel. Okay. Äh, Zirkus-Therapie. Zirkus-Therapie? Wir bitten alle Besucher, leiser zu sprechen. Okay, wir haben aber keine Zirkus-Therapie. Warum haben wir das nicht? Was mache ich denn jetzt? Ah ja, wir können ganz viele Sachen kaufen. Äh, Luxus-Snack-Automat. Uh. Spielautomat gibt's auch. Trinkbrunnen. Zeitschriftenständer. Trophäenschrank. Paktänen. Skelettmodell. Antonymodell. Fischbecken. Ah, es gibt so viele schöne Sachen hier einfach. Ich will alles haben. Ich will alles haben. Ich weiß nicht, wie ich das baue. Weiterbildung abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Weiterbildung abgeschlossen. Oh, müssen drei weitere machen. Zirkus-Therapie freigeschaltet. Zimmer. So. Zirkus-Therapie. Wie groß muss das sein? Komm mal. Komm mal. Hier. Alter, muss das wieder groß sein. Äh, müssen wir, warte mal, muss ich wieder umdenken. So, warte mal, hier weg. Deprimator. Was? Äh, hier ist nix. So. Kommt hier rein. Da ist das fette Zirkuszelt. Da wird der Clown dann depressiv drin. So, dann wird der jetzt reingeschickt. Mit ner Poledance-Stange in der Mitte. Wird so lange entblößt. Oh, Töpferei wird benötigt. Dann machen wir hier auf die andere Seite Töpferei hin. Ey, das passt ja perfekt. Dann haben wir hier hinten die großen fetten Sachen rumstehen. So, haben wir noch eine Töpferei. Oh, das hat sogar so eine Special-Tür einfach. Das ist cool. So, eine Bank bauen wir hier noch hin. Ich glaube zwar nicht, dass hier so viele Leute rumlaufen werden, aber das ist ja wieder jemand gestorben. Ich kriege einen Anfall. Oh, was passiert denn hier? Nein, der lustige Clown. Ich muss ehrlich sagen, ich fände es ja jetzt cool, wenn er jetzt... Also, das ist natürlich nicht cool, aber wenn er jetzt dadurch so eine leichte Depression bekommen hätte, müsste er jetzt in die Psychiatrie, um das zu behandeln. Also, wenn man quasi aufgrund von einer Behandlung den dann woanders reinschicken muss. Das ist auch cool. Das ist auch cool, um zu sehen, ob sie etwas gegen eine Bratensaucen-Allergie tun können. Sie haben mir einen langen Aufenthalt in ihrem Spa und eine Flasche Rosmarinextrakt verordnet. Die Leute müssen rein. Hat mich ein ganzes Monatsgehalt gekostet, aber allmählich spüre ich schon den Effekt. Bratensauce kann ich aber immer noch keine essen. Patienten treffen jetzt an der Apotheke ein. Ja, Apotheke, Apotheke, Apotheke. Ich brauche anderes Zeug. Hier. Das kann ich nehmen. Ich bin ja nicht gestorben. Da. Komm, du gehst jetzt mal hier rein in die Apotheke und kümmert sich da mal ein bisschen drum. Oh Gott, ist das alles so anstrengend hier. Ein bisschen schneller. Ich brauche einen Arzt. Hier, Dr. Flosse, wo ist denn der schon wieder? Ach, das ist alles so doof hier. Keiner mit klar. Einstellen, ich brauche einen Arzt. Kostet zu viel. Komm, hier. Du müsstest mal einen Schmutzfink. Ich kann dich später noch feuern. Ach, schon, da ist das Ding, was rumrennt. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlagt. Ein Augenblick, es sind viel zu viele Leute. Oh Gott. Oh, und da stirbt schon wieder einer. Oh Gott, das hast du ja gut gemacht, Dr. Nerd. Stella Nerd. Was? Chef-Assistent. Ich hätte gerne richtig ein Pausenzimmer. Stufe 4 Pausenzimmer hier, das schaffe ich jetzt nicht. Das schaffe ich jetzt nicht so schnell. Wir haben gerade andere Geldsorgen. Müsst du mir sowas jetzt nicht machen? Ich erinnere, ich habe ihr Profit gemacht, oder nicht? Ich weiß auch noch nicht, was ich von den Becken her kaufen soll. Was nicht? Es gibt zu viel zu tun. Heizofen, Klimaanlage. Kleine Klimaanlage haben wir doch... Ne, wir haben die große Klimaanlage freigeschaltet. Ach, wir machen jetzt wieder Profit. Okay, gut, dann können wir jetzt doch Leute einstellen. Ah, wir haben dieистik-Kidores. Wir haben hier einen Krankenpfleger. Was haben wir denn hier? Hygienisch hat keine feste Meinung. Gut, doch gut. Perfekt. Du hast keine Meinung, können wir bilden. ok jetzt ist ja auch mal wieder neuen kurs irgendwie starten die diagnostik weiter bildungslehrgang und war chefassistenz arzt um ein arzt rein dann kann der arzt sich nämlich darum kümmern hier pandora kann dann noch gerne rein assistenten sind nicht unbedingt machen wenn wir die noch ausbilden hier das ist unser einziger psychologe beim psychologen ist okay ist okay ist okay ist verdammt wir jetzt den billigen und einen teuren wir machen wieder verlust und die monobro haben wir entdeckt die abgeschnitten werden muss ist garantiert dass es nicht von belangen ist wo jetzt rennt er weg was macht denn er jetzt was passiert jetzt was tut er die intellenbehandlungen sind für mitglieder von jumbo plus verfügbar ich bin einfach nur irritiert was geht denn hier ab in unseren händen sondermeldung leute geheilt dritte worte besucht was audio und teilzeit videojournalist Sally Fickblanket hat angefragt ob sie unser krankenhaus im rahmen ihrer forschung für eine denkschrift zum thema schlange stehen besuchen dürfte das klingt furchtbar könnte aber gut für die presse bedeuten wenn sie von ihrem besuch hier positive eindrücken mitnimmt soll das krankenhaus sie beeindrucken dann wäre das sicher gut für unseren ruf was meinst du ja komm kann schon gern kommen ich weiß halt nicht ob das wirklich so was gutes wird aber hey so haben wir die reporterin kommt morgen eine reporterin von radio 2point ist hier ist das die reporterin